Aua! Okay, eine schwere Attacke kann ich bei ihm nicht machen und er bricht nicht. Dengar! Du bist so schaffst. Zuhaben! Kinder! Was ist das? Jetzt geht es nicht heilen. Okay, die untere Speziellattacke ist doof, die dauert so lange. Ich probiere es noch ein, zwei Mal. Die hier ist doof. Die hier. Vielleicht geht die besser. Das Ding ist, die ganzen Buffs habe ich halt gefühlt jetzt nur einmal. Also was heißt, gefühlt einmal. Die sind halt weg, wenn ich sie nutze. Ähm. Ähm. Ah. Jetzt wird er wieder anfaken. Das war zu zeitig von mir. Wieso weichst du nicht aus? Keine Ausdauer, I see. Zu spät. Warum greife ich eigentlich mit dem Schwert an? Warum greife ich mit dem großen Schwert hier eigentlich? Und gar nicht mit dem, was ich gelevelt habe? Kann ich mir das mal noch sagen? Aua! 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 Das war zu zeitig. Au! Au! Ich mag die zweite Phase von dem nicht. Ich will hier weg! Lass mich runter hier von diesem... Aaaaah! Au! Es geht auf dem necesit grossen Branden zu hin! Ich bin jetzt mal wieder zu zeitig von mir. Ich bin jetzt mal wieder zu Hause. Also das mit dem, ja, ich meine, ich habe ihn anvisiert, aber ich will nicht im Kreis um ihn rumausweichen, sondern weg von ihm. Ich bin jetzt mal wieder zu Hause. Ich bin jetzt mal wieder zu Hause. Oh, I'm snotty to enjoy this! Ich weiß nicht, ob das hier was wird. Ich will jetzt die Timo auch nicht so unermesslich lange ziehen. Das ging schon mal in die Hose, weil ich mich jetzt erst waffen wollte. Oh. So much fun! Oh. 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 Oh shit. Von ihm lang aus wurde der Attacke am besten. Harry. Und ich tanze hier wieder im Kreis. Ich will weg von ihm. Ich bin weg von ihm. Ich bin weg von ihm. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Einmal, okay? Es tut mir leid. Ihr müsst euch die Demo sonst woanders nochmal angucken, aber ich schaff's nicht. Ich krieg den nicht. Um... Come closer, morsel! Ich schaff's nicht mehr, aber ich schaff's nicht mehr. Wieder zu zweit. Ich schaff's nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. Ich weiß, wann's das Schwert wechselt, wenn ich manche Spezialangruppe habe. Ich will nicht hier oben sein. Er ist eigentlich nicht schwer, der Boss. Deswegen nervt mich das gerade. Ich nervt mich selbst. Dass ich den einfach nicht hinkucke. Der macht keine Attacken, die ich jetzt noch nicht gesehen habe. Ichлучste nicht mehr. Ich bin zu spät geparriert. Okay, schade. Aber ich glaube, nach dem Boss ist die Demo sowieso vorbei. Dann müsste das Spiel jetzt wohl leider selber spielen. Wenn ihr den Boss legen wollt. Meine Geduld ist gerade am Ende. Aber ich denke, wir haben die Demo lange genug jetzt gespielt. Optisch, wow. Aber ich weiß nicht, ob mir das nicht einfach zu schwer ist. Also, ich habe gemerkt, dass es schon einen Unterschied macht, wenn du deine Waffen levelst. Wer hätte das gedacht? Und wenn du hier und da Spezialattacken richtig einsetzt. Ja, ich überlege mir das mal, ob das Spiel was für mich wäre. Wie gesagt, die Screenshots zu dem Spiel sehen super schön aus. Da gibt es ganz viele Gebiete, wo ich sehr gern selbst hindurchschreiten würde. Aber ja, ich weiß nicht, ob es mir zu schwer ist. Gebe ich zu. Ja, ich bin eine Mimose. Ich möchte Spiele spielen, die einfach sind, wo ich das Gefühl habe, ich kann was. Aber bei solchen Bossen, die ich einfach nicht hinkriege, ärgere ich mich so sehr über mich selbst, weil ich sie nicht hinbekomme. Ähm, ja. Ich, wir reisen noch mal zum Abschluss. Ich hab mir grad einen. Ich mochte diesen Blick ganz am Anfang auf das Feld. Damit möchte ich mich verabschieden von euch. Sagt mir gern mal in den Kommentaren, wie ihr das Spiel fandet. Ich weiß, ich hab in irgendeiner Folge gesagt, ich könnte mir das vorstellen, dass das vielleicht das nächste große Stream-Projekt wird. Aber ich weiß es nicht. Es frustriert mich einfach. Ähm, so gern ich das spielen wollte, weil es einfach unbeschreiblich schön aussieht. Guckt euch das an. Ich kann dazu nichts anderes sagen, außer es ist wunderschön und ich bin so traurig, dass es so schwer ist. Oder dass ich es einfach nicht gebacken bekomme. Ja. Ähm, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns morgen sehr gern wieder auf diesem Kanal. Und ja. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ähm, bis morgen. Adios, bye bye. Tschüss. Danke.